ui 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 nix mit guter laune nach der fett zinsentscheidung ist es zunächst erstmal dynamisch nach oben gegangen doch jetzt sehen wir dass die märkte ganz schön runter kommen fangen wir mit dem dow jones an und schauen das ruhig mal im fünf minuten chart damit wir so ein bisschen verstehen wie auch der chart sich entwickelt noch mal ganz kurz wir können das mal durchspielen wir waren ja gestern witzigerweise sogar zu der zeit live unterwegs haben gemeinsam darauf geguckt und als die fett zinsentscheidung rauskam zack das war sie hier dieser pinnökelchen hier oder dieser riesen schub hier nach oben sehr schön bis dahin hatte man gesagt mensch tolle nachricht die leute lieben das und der kurs kann man nach oben gehen dann kam allerdings die pressekonferenz deshalb ist es umso wichtiger aus meiner sicht solche daten erst mal abzuwarten ich erwähne das ja immer wieder macht es nicht zu den daten die wahrscheinlichkeit dort falsch zu liegen und das kommt das tragische nicht die ausführung zu bekommen die man gerne hätte man würde ja normalerweise ja ist doch alles nicht so schlimm habe ich doch hier erst mal 500 punkte nach oben danach wieder nach unten das wäre ja schön wenn man die ausführung so kriegen würde aber die praxiserfahrung sagt ja das ist ein frommer wunsch lässt sich aber so nicht umsetzen aber das ist ein anderes thema und können wir ein andermal diskutieren diese bewegung ist super gewesen bis dahin und ihr könnt euch schon ausmalen was ich gemacht hätte wenn die antwort nach diesem anstieg ungefähr so verlaufen wäre oder wenn sie abc verlaufen wäre und ganz wichtig das vergessen viele immer wieder er dann dieses niveau getriggert hätte oder von mir aus wenn er so läuft das letzte zwischenhoch getriggert hätte dann wäre ich ganz klar long interessiert gewesen mit idee an der stelle einzusteigen stop einigermaßen hier das ist nicht besonders weit weg hätte man dann sinnvollen trade machen können jetzt gucken wir mal wir können das ja mal ruhig lassen was hat der markt gemacht er hat das gemacht er hat also gar nicht angeboten eine bewegung dieser art insofern gab es überhaupt gar keine idee hier auf der falschen fährte unterwegs zu sein ich höre das so häufig das leider der markt uns verarscht naja der markt ist es gibt keinen markt in dem sinne als lebewesen der uns da verarscht die markt teilnehmer haben sich entweder selber verarscht entschuldigung wenn ich die wort war ich zitiere ja nur aber entweder haben sie selber oder aber haben sie wirklich eigentlich haben sie ja kein echtes indiz dafür gegeben dass diese bewegung kommt denn sie haben alles sofort wieder klein klein gemacht und haben als letztes hier sogar eine relativ starke abwärtsbewegung und die wiederum verlockt machen wir das blaue weg denn das hat sich ja nicht bewahrheitet dass sobald so etwas kommt anschließend die abwärtsbewegung das muss nicht an der stelle passieren aber sobald wir etwas wackeliges haben so dass wir sagen können okay das ist jetzt so eine klassische a b c geschichte oder wackelig können wir da noch mal einsteigen blöderweise gab es das auf diesen kleinen zeitebene nicht also das nicht und auch diese dieser bereich der ist mir nicht wackelig ja nicht wackelig genug das ist vielleicht einerseits schade weil da findet man da vielleicht keinen guten einstieg zumindest mal nicht auf diesem chart ausschnitt beispielsweise in fünf minuten chart vielleicht hätte man irgendwo auf minuten oder vielleicht hätte man irgendwo noch übergeordnet im stundenschart das gucken wir uns gleich noch an was machen können aber zumindest mal ist diese bewegung die wir hier haben ganz klar im moment zumindest mal nicht mehr bullisch mit ausnahme dessen was hier gerade passiert also vielleicht für diejenigen die jetzt gerade am nachmittag unterwegs sind denkt dran wenn wir hier a b c oder von mir aus auch noch mal einmal mehr hätten wir sogar eine realistische chance heute nachmittag noch mal long zu gehen aber mir ist ganz wichtig dass ihr das nachvollzieht ich weiß dass viele sagen aber dann verpasse ich so viel ja na und man verpasst auch die ganzen doofen trades und die sind in der regel teuer überlegt mal falls ihr schon in echt handelt wenn ihr einfach von euren trades jedes mal die doofsten fünf prozent zehn prozent weg lasst wie euer ergebnis dann wahrscheinlich aussehen würde wahrscheinlich um ein vielfaches besser es geht gar nicht darum dass ihr alles nur noch positive trades macht das wäre natürlich herz aller liebst aber gleichermaßen unrealistisch wie nicht notwendig für ein gutes ergebnis aber wenn wir wenigstens ein paar wirklich unnütze doofen trades weglassen würden würde dass die performance enorm schon mal nach in die richtige richtung pushen und hier gab es eigentlich in keiner ebene die möglichkeit hier in anführungsstrichen vom markt großartig in das licht sagen wir es mal ein bisschen schöner in das licht geführt zu werden also ihr seht im moment ist die bewegung nach unten jetzt gucken wir sie mal nicht auf der ganz kleinen dimension erinnert euch das hatte ich eben angedeutet vielleicht kriegen wir ja noch einen schönen nachmittag oder abend heute oder vor dem wochenende noch mal so eine gegenbewegung jetzt gucken wir mal im vier stunden chart wie ist das einzuschätzen von diesem tiefsten punkt hier diese bewegung gut die ist ein bisschen größer aber möglicherweise sind wir so ungefähr auf dem ähnlichen trichter also ich könnte mir schon vorstellen dass es hier nach oben geht also jetzt kaufen weil du kannst es dir vorstellen ich kann mir ganz viele sachen vorstellen ich kann mir vorstellen dass er jetzt sich halbiert das wäre vielleicht ein horrorfilm szenario aber vorstellen kann ich mir dank hollywood ganz ganz viele sachen entscheidend ist was macht er und das wiederum sehen wir an solchen indizien wie das in etwa aussehen ich glaube das habt ihr inzwischen auch rausgefunden wenn ihr diese videos häufiger mitverfolgt dann sind das gute einstieg und wenn ich es hier beim down ich finde vielleicht zeigt es mir der s&p dass ich hier beim s&p möglicherweise einen relativ starken anstieg danach so eine a b c kiste bekomme trigger hier drüber um dann eben auf die long seite zu gehen im sinne von oh jetzt dass man gut sein wir dürfen aber nicht vergessen also ob das passiert weiß ich nicht es gibt ein bisschen unsauberkeit diese bewegung diese aufwärtsbewegung so ganz ordentlich sieht es auch nicht aus geht mal mit der lupe dran minuten chart gucken wir sie uns mal an wie sieht die aus wie viel wellig würdet ihr die bezeichnen ist übrigens ein interessanter also wir sagen immer indianer trick davon das sollte noch sagen aber so ein bisschen wie man das so früher gemacht hat kneift die augen zusammen ja also kneift die augen zusammen und dann sehe ich im wesentlichen diese bewegung und die ist drei wellig also so richtig glücklich bin ich mit der long seite mit diesem anstieg nicht das heißt die marktteilnehmer ob ich glücklich bin darauf kommt es nicht an aber die marktteilnehmer haben sich hier nicht super stark verhalten super stark sieht so aus oder super stark sieht mehr wellig aus wobei die korrekturen sich nicht überschneiden und wenn ich hier genau unter der lupe gucke haben wir mehrere überschneiden also so richtig dass ich sage boah ist das toll ja geht so finde ich ehrlich gesagt gar nicht ja also immerhin ist das so halbwegs korrektiv hier aber der anstieg gefällt mir noch nicht also ihr seht ich bin noch relativ verhalten was das angeht und wenn ich die bewegung seit gestern oder seit dem ersten november angucke das hoch hatten wir hier am ersten november dann sehen wir eine relativ starke abwärtsseite ich kann mir ohne weiteres vorstellen dass wir jetzt ein bisschen hier in die höhe gehen die hälfte dieser strecke wieder wett machen das würde mich gar nicht wundern wenn das korrektiv verläuft halte ich dieses szenario für sehr realistisch im moment ich bin nicht besonders bullisch also ich sehe zwar dass wir noch viel platz hier bis da oben hin haben aber dieser anstieg das ist sowas von nicht hauptbewegungsrichtungs reif kann trotzdem passieren aber wohlfühlen kann ich anders also so sieht das nicht aus wenn die leute überzeugt sind in der aufwärtsrichtung also folgende szenarien malen fibonacci von oben bis unten und sehen folgende box kommt das manchmal groß dann seht ihr es sogar noch besser da wenn der kurs hier korrektiv reinläuft dreibellig oder wackelig dann hier triggert sogar noch mal short aber jetzt hast du doch eben von möglicherweise long gesprochen naja aber von hier bis da oben ist ja auch long im fünfminuten chart das kann dann bis zum wochenende noch gehen und lass ihn doch hier noch ein bisschen weiter nach oben gehen das ist ja noch nicht das zeichen dass es langfristig dann läuft das ist etwas was viele missinterpretieren im sinne von ja aber im kurzen das ist jetzt dann der start wir können never ever aus minuten oder fünfminuten chart sicher sagen dass jetzt dann die jahresrent endreddy läuft weil das bild sieht gut aus ist völlig illusionär aber wenn es erstmal nach oben geht dann weiß ich wenigstens mal so eine mindestzielzone ungefähr 3790 bis 3840 45 von mir aus hier auf den future gerechnet das kann man im index ein bisschen abweichen oder wenn er andere kontrakte habt das wäre sehr typisch und hier wird dann entschieden ob der kurs weiter läuft und das hängt sehr davon ab ob dieses bauch dieser baustein hier so aussieht das wäre eher abwärts ob er so aussieht das wäre ebenfalls wenn er triggert eher abwärts oder ob er so aussieht triggert haben wir gar nicht ach so wir haben ja gesehen das wäre die bullische variante dann würde ich nicht davon ausgehen sondern dass der kurs letztlich noch mal nach oben geht so können wir schon vom kleinen immer eine stufe weiter aufs große schließen aber bitte bitte weil ich das häufig höre ja gestern war es noch short ja fünfminuten chart oder minutenschart oder 15 minuten chart angucken ändert sich das bei mir alle paar minuten ist ja logisch und im großen naja nach wie vor das hat sich in den letzten 14 tagen gar nicht verändert das sieht korrektiv aus also ich bin noch nicht so richtig glücklich mit der aufwärtsseite aber wollen wir es nicht ganz schlecht reden ich will ja nicht sagen dass es nicht geht aber im moment die letzte bewegung der letzten stunde die stunden sieht so aus seit dem ersten november und das ist eine starke bewegungsrichtung und wehe der markt geht jetzt wackelig hoch dann ist jedweder trigger locker noch mal hierfür gut und da müssen wir uns die frage stellen jetzt sind wir dann hier fast wieder auf dem ausgangspunkt bei einer schwachen aufwärtsbewegung dann toppen wir also unterstoßen wir diese marke das tief was wir im oktober hatten auf jeden fall auch noch mal die chancen dafür sehe ich für relativ groß gucken ganz kurz auf nass tag das müssen wir allerdings nicht extrem breit treten denn wir hatten es letztens häufig genannt auch das ist also das so sieht korrektiv aus das ist nun mal immer so wenn es überschneidungen gibt es ist sehr verdächtig was das angeht hier hatte man vielleicht noch die hoffnung für bullisch hoch wackelig runter zack trigger aber wir haben kein trigger nichts keine zwischenhochs hier die da sinnvoll getoppt wurden gegenteil wieder starke abwärtsseite jedwedes hoch wackeln für die shortseite also behaltet das bitte im auge hier noch mal ganz kurz von diesem tief von diesem tief das ist diese marke hier im minutenschart jetzt entscheidet selber die aufwärtsbewegung ist das impulsiv ist das richtig so mit power oder sieht das eigentlich wenn man ehrlich ist auch wieder halbwegs korrektiv aus wenn ihr nicht sicher seid dreiwellig oder gegenbewegung die überschneiden muss ich sagen gegenbewegung haben wir ein paar wird eng mit super bullisch das ist minute das jetzt für alle die nur die jetzt intraday heute nachmittag und sagen entschuldigung sag mal was was ist denn heute jetzt angesagt muss ich ganz ehrlich sagen meine begeisterung für die bullische seite ist wenn ich so eine bewegung sehe für den nachmittag früher abend im moment noch sehr überschaubar und im übergeordneten wie gesagt haben wir es uns ja mehrmals angeguckt abschließend vielleicht noch mal blick auf den dax das ist der dax index jetzt den finde ich eigentlich ganz cool und zwar also und das meine ich nie böse wenn ich das so sage es geht mir nur um die charttechnik ich hoffe nie dass ihr geld verliert an der börse ich gönne euch wirklich allen dass ihr gut dasteht muss nicht jeder trade positiv sein ihr wollt ja auch keine überflieger werden und völlig am rad drehen aber ich wünsche euch natürlich dass ihr gut dasteht mit euren ergebnissen aber technisch gesehen gefällt mir diese bewegung ganz gut weil wenn ich die mir angucke gegenbewegung ich sag mal hier auch gegen ich vergleiche immer gerne ähnlich große diese gegenbewegung scheint mir ähnlich groß zu sein wie die und diese gegenbewegung scheint mir ähnlich groß zu sein wie die ich würde also sagen 12 und jetzt intern 1 2 3 4 5 4 5 das weiß ich nicht ob das so kommt aber das wäre jetzt sehr klassisch aber egal wie früher oder später wenn das die korrektur gibt morgen erst heute schauen wir das wohl nicht mehr auch das erstmal die abwärtsseite mal sehen ob das tatsächlich so passiert wenn ja denkt an den trigger für den shorty oder falls ihr long seid überlegt euch ob ihr nicht sagt ich nehme mal gewinne mit ich kann ja später wieder einkaufen wenn er dann da unten war aber das sind gute indizien dass zumindest ist noch mal deutlich weiter nach unten kommt und als orientierung mache ich das bild noch mal einmal groß schaut euch immer an hier hat die bewegung gestartet das ist also die erste bewegung als orientierung guckt die gleiche länge der ersten bewegung ist typischerweise gerne nochmal und dann könnt ihr euch überlegen sitze ich das gerne aus wenn der kurs bis dahin geht also ihr messt den ersten teil wo auch immer das tief dann ist das wissen wir nicht also wenn das tief hier bleibt dann ist es natürlich nur bis dahin wird er vorher noch ein bisschen tiefer fallen also noch dieses stück auch noch kann ja noch passieren und danach erst die korrektur kommen ist das was wir hier haben ans ende der korrektur dann könnt ihr ungefähr abschätzen wo diese marke dann liegt und dann könnt ihr euch überlegen ob ihr sagt wo finde ich auch noch okay kann ja dann steigen oder ob ihr sagt finde ich schon zu tief oder dann schließe ich hier oder gehe sogar aktiv an der stelle short so ich hoffe dass euch das ein bisschen hilft ich habe es etwas länger heute gemacht weil ich schon möchte dass ihr diese systematik bestmöglich nachvollziehen könnt ich möchte nicht dass ihr glaubt dass das immer perfekt zu erkennen ist dass man nie damit fehlerhaft ist das ist leider nicht so aber ich möchte dass ihr seht es ist eine echte sinnvolle orientierungshilfe und hilft euch unnütze negativ trades zu vermeiden ist schon starkes wort zu reduzieren würde mir schon reichen ehrlich gesagt so dass ihr sagt okay ich kann den ein oder anderen unnützen doofen negativen trade damit auslassen wenn mir das gelungen wäre hätten wir schon was erreicht in diesem sinne euch toi 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 viel erfolg an den märkten viel spaß natürlich auch bei der eigenen analyse schaut euch das die methodik gerne auch auf anderen titeln an was auch immer ihr da gerne schaut euch alles gute und liebe grüße